Ich habe mein Leben lang gezeichnet, meine Eltern, mein Bruder, meine Odyssee. Was, du hast nichts für mich? Willst du mich verarschen? Ich war 13 Jahre alt und hatte die Verantwortung für meinen Bruder. Wir mussten fliehen. Weit weg. Aufstehen und verschwinden. Bei den Straßenkindern fanden wir Zuflucht. Doch nur kurz. Auch da fanden uns die Dämonen. Wir mussten weiter, über die Flüsse. Das ist der Monopel! Das ist doch alles wieder da nicht früher! Der Preis für die Fähre waren wir. Läuft das Geschäft? Man hat uns verfüttert, verkauft, eingesperrt. Ich will, dass ihr mich Papa nennt. Und eure Mama? Nennt ihr einfach Mama? Wir flohen erneut und wurden aufgenommen von Zirkusleuten. Das Licht der Manege hat uns beschützt. Im Zauber der Farben fanden wir die Freude wieder. Ich lärkte zu lieben und wurde erwachsen. Die reinste Schönheit von Kopf bis Fuß. Aber unsere Freiheit hatten wir noch nicht gefunden. Ende hoch! Und die Geschichte unserer Flucht war noch lange nicht vorbei. Du kleiner Ratte! Wenn du möchtest, dann erzähl ich dir davon. So was das ja auch noch ein Mal. So was護 ihr, da ist mir so schwierig. So was ich noch niemals so wichtig und wenn du da hast, dass dich zu lieben und wo auch noch einen kleinen 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 kleinenen. Ich versuchte mich mal an, dass du das Spiel hübschen kannst. Und du denkst. Jetzt bin ich ganz gut. Du bist in der Linkein. du bist in der Linkeien. Du bist ohne Duh. Ja, du bist in der Linkein gefallen. Du bist. Untertitelung des ZDF, 2020